Hi und herzlich willkommen, ich bin der Kuhmann und das ist Minecraft. Gut, und zwar nicht einfach Minecraft, sondern Minecraft All of Fabrics 3. Was machen wir? Wir haben gestern noch ein bisschen Bäume, Bäume, Bäume massakriert, kann man sagen. Und was ich heute gerne machen würde, ist so ein bisschen den Weg finalisieren, und zwar den Weg unten an die See. Okay, jetzt lass mal gucken, was haben wir denn hier noch für Holzmaterial, Spruce Trapdoors, interessant, 20 Stück. Da war ich großzügig, ja? Gut, dann brauchen wir sicher so ein bisschen, ich meine, das kann man alles so mitnehmen, das ist okay. Dann brauche ich hier ein paar Cracked von denen, ein paar Marble, können wir hier rein tun. Was haben wir denn noch? Rocky Stone. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Was haben wir sonst noch hier? Die normalen Bricks, das ist auch gut. Hier einfach mal das Zeug rein tun, was wir gerade nicht brauchen. Dann von denen brauchen wir sicher noch, haben wir zwar schon ein bisschen was. Will mir einem überlegen, muss man hier vielleicht mal noch ein paar Steine braten. Hier haben wir nichts mehr, hier auch nicht. Oh, doch, hier haben wir. Gut, zeigen wir mal her. Das ist alles gar nicht so schlecht. Gut, Schaufel haben wir noch ein bisschen. Zeigen wir eigentlich. Ne, können wir machen es so. Wir gehen jetzt hier mal raus. Hier geht es dann runter so. Und jetzt ist die Frage, haben wir noch Erde? Zwei Stück. Müssen wir vielleicht noch kurz Dirt holen? Und ich hätte das gern hier so bis ungefähr hier und hier zum kleinen Aufgang. Lass uns Dirt holen. So, komm, haben wir sicher genug. Und es wird schon wieder Abend, echt. Ich hätte gern mal am Schlafsack. Ein Schlafsack. Ich glaube, das ist das, was wir uns jetzt dann gleich machen werden. Weil sonst müssen wir immer hier hochrennen, sobald es dunkel ist. So, während wir schlafen, machen wir mal ganz kurz. Options. Video Settings. 18 Chunks. Das sollte eigentlich passen. So. Wir hatten ja Wolle. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwo vernünftig hingetan. Wo hat man die Wolle? Weiße Wolle. Dann zeigen wir mal hier Sleeping Bag. Was ist das hier? Aha. Das würde 6 von der weißen Wolle bedeuten. Haben wir nur 5? Das geht irgendwie nicht. Kann ich denn Strings irgendwie sonst noch herstellen? Grinder. Okay, wir haben kein Grinder. Haben wir Grinder? Warte mal. Grinder. Du gehst nicht gerade aufscherschauen. Nichts geht garter –. Eine Maranzinende. Illum- 물론 nicht hoffen wir auch. Janias. Ich sage auch. guess nur, wie werden wir für uns gel one started? Also jetzt haben wir vier Schnüre, das heißt, wenn ich jetzt gucke für den Sleeping Bag, wäre das eigentlich gut, jetzt brauchen wir hier einfach noch Blue Wool, das heißt Blue Die. Lapis kann man auch nehmen, aber halt mal. Das ist ja vier, jetzt machen wir mal so. So, jetzt hätte ich drei, wohin tun wir die Wolle? Wieder mal verklingt, das ist geil. Ah, Leute, es ist einfach immer noch sehr, sehr dunkel hier zu Hause, finde ich so. Muss mal gucken, ob ich das Bild eigentlich ein bisschen heller machen kann. Schmeißen wir mal die Pickaxe weg, gut, jetzt einfach mal gucken, wir machen das so, dann nehmen wir das hier so. Nice. Gut. Das ist gar nicht so übel, jetzt hat man schon mal einen Schlafsack. Das gibt uns viele Möglichkeiten, effektiv besser zu agieren, sprich nicht immer heim zu müssen. Dünger, 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 Dünger ist hier, sie ist auch, ja komm, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, mach mal Wolle hier und schnüre auch, was haben wir noch? Alles okay, gut. Also, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Sand weg. Das ist super, dann brauchen wir nämlich auch länger im Meer. Dann führen wir das jetzt zu, und zwar mit Erde. So schön, zack, 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 zack. So schön, zack, zack, zack. Zack. So schön. So schön, jetzt machen wir so... So schön, words dinden. So schön, noch zu schwach. kann man das eigentlich lassen nicht schlecht wenn wir jetzt gucken nein es machen wir hier einfach mal also wir sagen was hier gibt einen möglichen weg ich glaube er nimmt wir nehmen das hier weg dann hier so hier vielleicht so dann haben wir noch crack break stone irgendwo hier vielleicht noch mal so ein da kann man hier nämlich sagen der kann noch mal weg die hier auch die drei steine dann wäre es so der weg nach hinten hm machen wir das hier nochmal weg sehr schön um hier die wand zu generieren irgendwie dann können wir dann da mit Fences zu machen dann wäre das hier der weg dann machen wir hier ein paar slabs hier wäre wieder normal stein vielleicht hier noch so was so kann man jetzt kann man das erste mal wirklich wir schlafen im sand das ist das geil wir müssen die mir wirklich schnell nach hause um zu schlafen dann wird es hier so nach hinten gehen hier kann man vielleicht ein kleines blumenbild machen wichtig für mich ist dass man hier von unten nicht mehr hoch kommt was wir für mich wirklich so ein bisschen ziehen das ist hier wegnehmen hier 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 das müsste eigentlich passen sehr schön und dann haben wir hier noch ein bisschen sand das ist okay kann man lassen passt mir hier aber slabs ja das ist Hier muss ich irgendwie noch ein bisschen was anders machen, das gefällt mir noch nicht so. Dann werden hier wieder die normalen, das auch. Nee, so ist... Jetzt sind wir endlich zu nah. So. Den hier so. Ja, das braucht halt seine Zeit. Okay. 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 Dann wieder hier so. Slap, ganz. Slap, ganz. Okay. Okay. Machen wir das mal so hier. Mal gucken. Was haben wir sonst noch? Stufen haben wir noch ein paar. Nehmen wir mit. Ah, ich denke das ist okay. 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 Mal gucken. 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 hier gut, dann lass mal gucken wir gehen hier rein ja hier darf schon nochmal so eins sein dann hier nochmal Unterbau weg um mit Cobblestone aufzufüllen, vielleicht machen wir das sogar hier mal so nicht mit dem, sondern eigentlich wollte ich hier einen Cracked Brickstone platzieren, und zwar so, den hier dann hier eins, zwei die nochmal weg das soll ja ein bisschen schön werden das darf man nicht vergessen schon wieder von dem das war einfach zu viel jetzt hier wenn ich jetzt hier sage, hier kommt so einer und da hinten in die Ecke machen wir das so das ist eigentlich nicht übel so, schon wieder Nacht echt gut dann würde ich sagen nehmen wir das nochmal weg hier das auch gut Das war's. Ich würde gerne einfach heute schon mal noch die Treppe fertig haben, hier. Das hier weg, das hier auch weg. Das geht auch nicht. Ja Mensch. 27 wird knapp heute, einmal mehr. Ja ich muss gucken. Ich muss gucken wie wir das lösen hier. Im Augenblick bin ich ein bisschen überfragt. Es gefällt mir noch nicht ganz so wie ich das möchte. Wirklich nicht. Wo haben wir denn noch? Machen wir das so. Irgendwie ist hier noch ein bisschen der Wurm drin. Ich hätte hier eigentlich viel lieber, wenn es noch eins weiter vorne wäre. Dass wir effektiv mit Slaps arbeiten können oder mit Stufen. Aber Slaps wären wir fast noch lieber, wenn ich das jetzt so angucke. So. Also halt hier einfach alles nochmal wegnehmen. Und sagen. Und sagen. Okay. Okay. Mal kurz zum checken. Und dann hier. nochmal mit Slaps. Mal kurz. 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 Vielen Dank. Das ist zu wenig. Nur kurz zum Gucken. Das ist zu wenig. 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 Das gefällt mir gut. Dann hier wirklich das so machen. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig.